Schalt die ÜLG-Antriebe ab. Emissionsspeicher aktiv. Grünes Licht, wir sind im Tarnmodus. Wir verschwenden unsere Zeit. Seit vier Tagen durchkämmen wir diesen Sektor und noch kein einziges Zeichen von Gath-Aktivität. Drei Schiffe sind hier während des letzten Monats verschwunden. Irgendwas muss mit ihnen passiert sein. Ich tippe auf Sklavenhändler. Im Terminus-System wimmelt's von denen. Empfange etwas auf dem Landstreckenscanner. Unidentifiziertes Schiff. Sieht aus wie ein Kreuzer. Passt zu keiner bekannten Signatur. Kreuzer in der Kurs. Befindet sich auf Abfangkurs. Das kann nicht sein. Unsere Tarnsysteme sind aktiviert. Es ist völlig unmöglich, dass ein Gath... Wir sind nicht die Gath. Festhalten! Aufweichmanöver! Ich bin nicht die Gath. Weiter. Ich bin nicht die Gath. 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 Pressley. Geht den geschüssen und... Können mehrfach beschädigen. Waffen offline. Krash das Feuer! Shepard? Notsignal bereit zum Start. Wird die Allianz rechtzeitig hier sein? Ich mach das hier nicht, damit man später unsere gefrorenen Leichen findet. Alle in die Rettung-Shuttles. Joker ist immer noch im Cockpit. Er will das Schiff nicht verlassen. Ich werde auch nicht gehen. Ab in die Shuttles! Ich wuchte Jokers Hintern persönlich hier raus. Commander? Raus hier, verdammt! Raus hier, verdammt! Anne, rein, da ist es. Los, los, los! Ah! 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 Ach so, los! Ah! Ach so, los! Ah! Ah! Mayday! 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 TSSV Normandy! Wir wurden von einem unbekannten Teil schwer beschädigt! Komm schon, Baby! Haltet durch! 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 Ich will die Normandy nicht im Stich. Ich kann sie immer noch retten. Die Normandy ist Geschichte und wir auch, wenn wir hier nicht rauskommen. Nein, wir müssen nur... Oh nein. Sie kommt nach einem weiteren Angriff zurück. Vorsicht, der Arm! Commander! Shut up! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020